Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. FDP beharrt auf Kritik an Kindergrundsicherungsgesetz keine Einigung in Sicht. FDP unterstreicht Bedenken gegenüber dem Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung. FDP unterstreicht Bedenken gegenüber dem Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung. Die Freie Demokratische Partei, FDP, hat ihre Kritik am Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung erneuert. Sie bezeichnet den Entwurf als unzureichend und nicht zielführend. Wie schon in den vorhergehenden Debatten um das Thema festgestellt wurde. Der derzeitige Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung repräsentiert nicht die Ansätze und Werte, die wir brauchen, um eine wirksame und nachhaltige Kindergrundsicherung in Deutschland zu etablieren, sagte ein Sprecher der FDP. Die FDP argumentiert, dass der Entwurf zu unspezifisch sei und keine effektiven Lösungen für die derzeitigen Probleme der Kinderarmut in Deutschland liefere. Darüber hinaus betont die Partei, dass der Entwurf die Notwendigkeit ignoriert, die verschiedenen Formen von Familienunterstützung und Förderung zu harmonisieren und zu vereinfachen. Dies sei ein zentraler Aspekt, um tatsächlich die Situation der Kinder in Deutschland zu verbessern. Es ist unsere Pflicht, einer jeden Generation die bestmöglichen Voraussetzungen zu geben. Und dazu gehört auch eine effektive und tragfähige Kindergrundsicherung, sagte der Sprecher der FDP. Die Liberalen haben angekündigt, dass sie weiterhin gegen den jetzigen Entwurf kämpfen und stattdessen die Regierung dazu drängen werden, einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der diesen Mängeln Rechnung trägt. Der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung wurde erstmals im Bundestag zur Debatte gestellt, nachdem der Petitionsausschuss eine Volksinitiative zur Einführung einer solchen Maßnahme unterstützt hat. Seitdem wurde das Thema hitzig diskutiert und verschiedene Parteien und Interessengruppen haben ihre Kritik und ihre Vorschläge vorgebracht. Die FDP bleibt dabei eine der vehementesten Gegner des derzeitigen Entwurfs und hat erklärt, dass sie ihren Widerstand fortsetzen wird. Quellen Bundesregierung, FDP, Autor Anita Farke, Montag, 8. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.